hallo ja ich bin daila rivale ich bin wieder da hola das hier ist ein kleines mein erstes übrigens auch info video und zwar ist folgendes los ich bin wieder da ich habe aufgenommen ich habe reingesprochen ich habe die aufnahme beendet ich habe sie mir angeschaut und ich habe nicht den mikrofon stecker eingesteckt ja jetzt habe ich eine super neue aufnahme ohne ton was tun ich habe mir überlegt ich synchronisiere einfach mal nach ja und wenn ich schon mal gleich mutter nach synchronisiert habe ich mir auch gedacht dass ich vielleicht endlich mal damit anfangen auch minecraft nach zu synchronisieren oder dass ich zumindest mordhau das was ich dort erzählt habe so schneide dass ich danach vertone natürlich das ist ein kleines tutorial ist wie man als noob mit einer kurzen klinge schnell ist aber scheinbar nicht so vertötet sich in einem kampf einer gegen viele durchschlägt ja zu schneide ich vielleicht passend daraus ein paar video sequenzen oder auch nicht vielleicht lasse ich auch und vertone das einfach nur nach mal schauen aber auf jeden fall es könnte vielleicht das auch so warm ist und ich habe keinen bock und ich keinen bock habe bei der hitze noch was zu machen ich hoffe ihr versteht das habe ich mir überlegt habe ich einen faden verloren auf jeden fall ich synchronisiere minecraft nach wenn es klappt und sonst mache ich einfach von vorne und ich synchronisiere mordhau eventuell nach die eine folge die ich gemacht habe ok danke das war es mit dem info video auf wiederhören